Diese Schnüffler aus Nadoret sind mit ihr aufgetaucht. Sie werden gleich hier sein. Wie mir scheint, habe ich euch zu früh beglückwünscht, alter Freund. Hattet ihr mir nicht versichert, die Dieben zu eliminieren? Oh, ich bin untröstlich, Magister. Eigenhändig habe ich meinen Männern befohlen. So falsch eigenhändig in eurer Wahl der Worte ist, umso passender ist es für diese Situation. Wie, wie meint ihr das? Und dass ich mich dieses Problems nun höchst selbst annehmen werde. Nein! Sie gehört mir! Ja! Mora! Mein Schloss! Ihr hört sofort auf damit, Kaltenstein! Da irrt ihr. Ich fange gerade erst an, verehrter Baron. Mama, mein Schloss! Wenn die gespielen... Nein! Das war die erste Lektion. Josmine, wollt ihr so gut sein und unsere Gäste in Empfang nehmen? Mit Vergnügen, Meister. Dieses Mal wird der Triumph unser sein. Okay. Sieg im Kampf mit Josmine. Hinter der Tür des großen Saals fanden wir alle versammelt. Josmine von der Klamm, Magister Kaltenstein und natürlich seine Wirklichkeit Baron Datsche von Nadoret. Angesichts der Folgen seiner von Eitelkeit und Gier getriebenen Pläne scheint er den Verstand zu lohnen zu haben. Ich will aber nicht eine Leise gilt das nicht für die anderen beiden. Jedenfalls nicht im selben Sinne. Wie schon im Unterschrift der Fluss beraten, sollen sie uns auch hier den Chaos machen. Okay. Ich kann auch Kugelblitz feuern. Und Vorgrim kann nicht. Angriff! Come on! Ja! Für den Kaiser! Ei! Weiche! Ich werde es euch nicht leicht machen. Oh! Okay, wir haben wie viele Duplikate von Josmine? Zwei. Die beide jeweils 80 haben. Okay. Ne, halt, halt, halt. Du konzentrierst dich auf die Josmine. Ja. Zusammen mit Vorgrim. Zwergenpower ist hier gefragt. Was? Und Ardo. Huah! Was? Auf die Josmine hier drüben. Achtung! Oh, Pulminiktus ist hier doch böse. Dafür war der Havarschlag auch böse. Ah, gut. Wir müssen nur auf Ardo achten. So, das ist dann wohl ihr, äh... Ihr zweites Duplikat. Du heil mal vorsichtshalber Ardo. Oh, Ardo ist ein bisschen kalb gefroren. Okay, da ist jetzt wieder die echte... ...echte Josmine. Schon mit zwei Wunden. Gut, dass ich mir... ...das aufgehoben habe. Denkt daran, meine Schülerin. Immer die Position aller Gegner im Sinn behalten. Die haben jetzt nur noch 60. Okay, wie teilen wir das jetzt auf? Ja. Äh... Zusammenhalten! Ardo auf den. Auf sie. Vorgrim auf sie. Ich brenne ein bisschen. Ist mir egal. Auf die da. Ja? Weiche! Auf die da. Okay, Ardo ist übrigens ein Level aufgestiegen. Das nutzen wir gleich mal aus, um sein Schwertkönnen zu steigern. Na? Wie sieht's eigentlich bei Vorgfurt mit den Waffen aus? Könnten wir auch mal steigern langsam mal. Blitz dich, Finn! Okay. Einmal einen Kugelblitz. Also solange sie nur so schwache Traube wirkt, ich hätte das nicht sagen dürfen, feiere es heilig blüht bitte mal selber. Blitz dich, Finn! 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 So, Pfeiras konnte sie nicht doch gerade rechtzeitig heilen. Du, den, du Blingsturm. Äh, du kannst noch mal einen Scharfschuss machen. Ja? Und du mach ein Feilhakel. Blitz dich, Finn! äh, ja ach, bis jetzt ist eine ausgefallen, okay dann auf die bitte, die noch am meisten aushält steht sowieso nur eine äh, wo taucht die echte jetzt wieder auf? da feires, bringt das bitte zu Ende komm, ich hab hier jetzt die fünfte ich hab hier jetzt sechs Wunden verpasst die kann jetzt nicht mehr stehen das ist unfair ja am besten schalten wir jetzt schnell einzelne aus ja, weiche zusammen, so äh, was macht eigentlich im Augenblick mehr Schaden, muss ich mal kurz gucken kann ich eigentlich was von den beiden noch steigern, nein Donnerkai macht zwei W6 plus Zauberfertigkeitspunkte also zwei bis zwölf plus die, ähm, 16 sind also 18 bis 28 und du machst Schaden ach ne, halt, das war der falsche, ich wollte den Vollminictus 2 W6 und du machst 1 W20 plus 5 also 6 bis 20 minus Zauberfähigkeitspunkte deswegen kostet der Kugelblitz auch nicht so viel äh, du machst, ähm du machst 6 bis 25, also ist der Vollminictus eigentlich mächtiger in dem Fall ähm dann mach mal einen so die erste ist down okay, fort und ein Beersaft zwischendurch und du gehst schon mal auf die nächste los äh, du hast einen Beersaft im Gepäck benutzt den mal bitte dann kannst du auf die nächste losgehen ja ah, du hast noch einen Einbeersaft vorgekommen ein Hammerschlag au das sah so aus, als ob es weh tut ich leg so mal einen Hammerschlag ab da ah okay, alle auf die letzte obwohl es stehen noch zwei na, ich feiere es heimann bitte mich und jetzt haben wir gleich hoffentlich geschafft so ja ja sanyasa nachlässigkeit gehört nicht zu den Dingen die hauptgewehrt haben konzentration noch mal äh tu auf die da das war nicht so gut das war nicht so gut, dass jetzt vorgrem ausgeschalten wurde das ging das ging etwas zu schnell ja, wie viele Blitz nicht finden wollt ihr noch abfahren voll mit niktus tut weh attacke äh arto trank äh ich auf die noch nicht ganz so torte was zusammenhalten hoffentlich gibt uns das die Möglichkeit vorgrem aufzuwecken feires kannst du mal bitte erstmal arto heilen okay ich habe ihre angriffe analysiert meister auf diese weise sind sie unmöglich zu besiegen eure strategie an erinnert euch mit welchem zauber ihr den respekt eures meisters errannt ihr habt recht meister ist ein feind stärker als du selbst macht ihr seine kraft zunutze duplikatus contrarius ach nö oder äh okay so vorgrem ist entwundet das ist schon mal gut bei angriffe schwarz okay contrarius duplikatus äh auch wenn es jetzt totale verschwindung ist ich brauche die kräfte der natur äh und arto sollte sich auch mal am kampf beteiligen so wenigstens ist bei ein eigenes sicher nicht auf die linke kommen zu zaubern was für uns nur gut sein kann ja 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 okay vorgrem klopft sich mit vorgrem ja doch was heute bei paar hammer schläge zusammenhalten so doppelgänger arto ist schon mal weg doppelgänger brennu hier ist auch weg sonst müssen wir den heftigsten loswerden doppelgänger vorgrem aber feires kann man auf ihren doppelgänger schießen ja 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 okay wir haben auch den zauber aufgelöst wo ist die doppelgänger wo ist sie jetzt schon wieder Zeit euch in Sicherheit zu bringen Josmine ihr kennt eure Anweisungen geht wie ihr befehlt Meister Tanz Versalis damit ist eure Niederlage besiegelt ergebt euch ihr bemüht euren Hochmut etwas zu früh werter Pfalzgrafen ich gebiete über weitaus einflussreichere Verbündete was kommt jetzt jetzt doch mein Wort muss euch nicht genügen überzeugt euch selbst ok hallo Anwins Statue damit bleibt ein Gegenspiel übrig weiß der Regelsbund von Kartenstein selbstsicheres Auftrittshaus und so sieht was ein Schüler heißt zwei heißt ein erbitterter Kampf darf ich mal kurz den Quick Save machen und du mach mal bitte deine Offensiv Aura wieder an und verpasst dem Viech da einen Hammerschlag ja Amatruz bringt mir nicht viel Accelerators Blitzgeschwindigkeit war auf Vorgrem und du au kannst du aufhör so unfair zu sein au du bist ja richtig unfair okay du hälst viel zu viel aus und ich schätze mal ja